Ich mach das jetzt hier nicht mehr auf. Ich geh jetzt hier in der Ecke lang. Feuerzeug geht auch nicht. Ich geh jetzt hier runter. Hallo? Aha. Muss ich da oben was machen, sei ehrlich? Ja doch, ne? Ich weiß, jetzt kann ich da nicht mehr lang. Aber wenn ich da was machen müsste, es kann natürlich sein, dass ich jetzt ein Puppenteil vergessen hab, ne? Dann müssen wir da nochmal hin. Hallo? Oh, hier ist alles so ein bisschen verkehrt rum. Ja, ist entspannt, find ich. Ja, musst du. Ach, scheiße, da muss ich da nochmal hin. Wie komm ich denn davon hier aus jetzt nochmal hin? Hier ist keine Leiter, ne, die nach oben führt, oder? Ah, da muss ich da nochmal hin. Okay. Gut zu wissen. Die ersten Schränke waren... Geht das nicht auf hier? Die ersten Schränke waren es ja schonmal nicht. Hallo? Wenn ich jetzt noch ein bisschen Licht da, ist das immer gut, ne? Die finde ich auch richtig creepy. Guckst du dir an. Hallo? Ich seh alles. Ah! Hallo? 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 Hülfen greifen? Ist hier irgendwo was? Ne, ne? Nur diese Viecher, ne? Okay. Siehst du den riesen Schatten nicht? Was für ein Schatten? Den hier? Oha. Was für ein Schatten? Immer damit rechnen. Beim Fernseher. Nein! Scheiße, ich bin in der Falle. Oha. Oh, ja, jetzt seh ich ihn. Ich seh ihn. Ach, ich seh ihn. Nein, er hat mich. Ich glaube, er hat mich. Oh! Arschloch! Nein, ehrlich. Ich spiel so einen Scheiß bald nicht mehr ehrlich. Wir gehen wieder in die Schränke. Ein Schrank? Gott sei Dank. Das wäre jetzt meine Rauchen. Nervlich bin ich. Nervlich bin ich jetzt schon am Ende. Der Riesenschatten, yo. Hab ich gesehen, ne? Boah. Danke. So. Pass auf. Wir gehen's ab. Der ist es nicht. 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 Den hab ich noch nicht. So, dann sind wir hier rum. Der war's nicht. Hier war der Geist. Wir machen weiter. Oha. Okay. Okay. Masken. Ist der mehrmals da drin wahrscheinlich, ne? Keine Puppenteile bisher. Keine Puppenteile. Wie weit geht das hier? Okay, hier ist Ende irgendwo, ne? Ja, okay. Hier ist Ende. Boah, Junge. Hier ist nix. Der ist aber bestimmt immer woanders drin, ne? Kann das sein? Hier ist Ende, ne? Okay. Okay. Den haben wir. Den haben wir. Weg geht's hier. Hier hört sich auch nicht so gut an. Hier hört sich nicht gut an. Sag ich dir, wie es ist. Heißt das vielleicht, der ist da drin? Nix. Hier, erstmal noch ein paar andere ab, wo ich mir sicherer bin. Der gute Roulette-Schrank. Wer kennt ihn nicht? Spielen Sie wieder Roulette heute bei unseren Schränken. Ich wollte nur nochmal sagen, dass es auch nicht so ist, dass ich mich unwohl fühle oder so. Aber ich fühle mich unwohl. Sei ehrlich, würdest du den auch machen? Nee, der ist es nicht. Der ist es nicht. Dann ist es der hier. Der ist es. Bei dem warte ich nochmal. Hier klingt auch nicht so gut. Ich mach erstmal den. Diele bleiben nicht mehr über. Okay, komm. Wir gehen rein. Komm, scheißegal. Okay, man hört ihn. Junge, ey. Ehrlich. Ich krieg hier, ey. Bald ist es soweit. Meine Fresse, ey. Der ist immer woanders, ne? Ja, bei Irmo muss doch da ein Puppenteil drin sein, oder nicht? Dann ist ja reine Glückssache. Dann muss ich... Ja, okay. Da, wo ich was höre, gehe ich dann lieber. Lass ich lieber sein, ne? Ach, warte mal jetzt. Nee. Man hört ja gefühlt überall was. Das ist schwer. Das ist schwer. Selten so gelacht. Ja, schön. Hallo? So. Einen haben wir schon mal wieder. Nice. Nummer zwei. Nice. Aber irgendwo muss hier ein Puzzleteil liegen. Irgendwo hier klingt nicht so gut. Klingt nicht gut. Ich glaub, hier ist nix. Wer sagt, dass es ein Puppenteil ist, wer sagt, das könnte auch ein Hinweis sein. Okay. Also ich hab vorhin so Masken fotografiert, ne? Ich weiß nicht, ob hier was ist. Das klingt gar nicht gut. Also der hier klingt gar nicht gut. Da war er auch drin. Oder hier. Einer von beiden. Wir lassen den erstmal aus. Gucken mal, dass wir jetzt ein bisschen weiterkommen hier. Okay. Haben wir. Also nein. Okay. Nein. Was heißt das? Also nicht aufmachen. Meinst du, ne? Da kommt der ja mal raus, gefühlt. Gut. Hier klingt auch nicht gut. Hier bin ich mir aber auch nicht sicher. Ich lass die beiden erstmal aus. Hier klingt eigentlich ganz gut. Hier war er letztes Mal. Ja, das klingt auch nicht gut. Das klingt auch nicht gut. So hat mich direkt nach der Bronchioskopie angehört. Ja. Vielleicht hatte der ja auch eine Bronchioskopie. Ist das der Hinweis hier? Ah. Okay. Hab ich gar nicht gecheckt. Das ist der Hinweis, ne? Dann war's das. Weil wir haben alle Schränke einmal aufgemacht eigentlich. Außer die Ecke hier. Das klingt aber auch nicht so gut hier. Das klingt nicht gut. Ich geh weiter. Ich glaub, das war's dann. Weil wir haben fast alle einmal aufgehabt. Ne, ne, ne. Es klingt nicht gut. Es klingt nicht gut. Okay. Run, boy, run. Na, 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 na. Hallo. Ja. Hallo. Guten Tag. Ich glaube, dass wir rennen müssen. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir rennen. So. Ja. Hier war ja nix, ne? Äh. Auto. Tschüss. Wie sieht's hier aus? Ziemlich dunkel. Oha. Ah, ne. Ich muss zum Schrank, ne. Das gefällt mir nicht so gut. Ich mach den nicht auf. Spül. Lass erstmal hier weitergucken. Wo sitzt du im Schrank? Ey, ist alles stockdunkel, ne. Ja, komm. Ja. Mach mal ein Bild vom Boden dort. Ja, ja. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Das sieht schon so komisch aus, auf jeden Fall. Beides dunkel. Was tun? Hier rein oder da rein? Beides kacke. Blätter wohnen, blätter wohnen, blätter wohnen, blätter wohnen. Mach einfach zu hier. Hört sich nicht gut an. Wohin? Wohin? Oh, nee. Wohin? Hier, hier, der Stuhl weg. Der Stuhl weg. Nein, pack doch den Stuhl weg. Ich kann ihn nicht lagern. Oh, nee. Wo haben wir Glück gehabt? Oh, links aufheben. Ich will den Gegenstand ja auch nicht lagern. Bist du blöd? Ja, lass doch mal fallen jetzt. So, hier haben wir den Schrank jetzt auf. Da sind wir gestartet, ne? Ja, ja. Den Weg halten wir uns mal einfach frei. Ich mach den mal nur auf. Zur Sicherheit. Du musst auch an deine Sicherheit denken. Blätterbodenfoto. Der andere mit dem Schatten. Von dem Boden mit dem Panda und Gras drin. Okay. Warte. Cool, man kann durch den Stuhl einfach durchlaufen. Nice. Warte. Mach ich. Hab ich gemacht. Schon ein bisschen weird irgendwie, ne? Schon sehr weird auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, ich muss hier zu dem Schrank. Glaube ich. Von dem Boden mit dem Schattenbild machen. Hier vorne, oder was? Hab ich doch gemacht. Ihr meint hier vorne. Wo der Schatten ist. Das hab ich gemacht. Hab ich doch gemacht. Oha. Was ist denn hier? Oha. Oha. Aber den Raum. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Alles abfotografieren. Nimm die Beine in die Hand. Nimm die Beine in die Hand. Wir gehen den Security Weg. Ich laufe ihm direkt in die Arme. Ja. Ja, oha. Stopp. Ja, danke. Wie ist man denn vor dem Sicher? Ich glaube gar nicht. Bist du wenigstens gegen Tetanus geimpft? Ja. Ich glaube ja. Na ja. Okay. Ähm. Hinweis war hier. Hinweis war... Wo war der Hinweis? Hier. Hier war der Hinweis, glaube ich. Aber den haben wir auch schon eingesammelt, ne? Okay. 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 Erstmal entspannen. Du bist gar nicht vor ihm sicher. Okay. Das freut mich. Okay. Ich gehe jetzt wieder direkt rein. Oder? Soll ich da direkt rein? Ich kann ja wieder hoch. Ich kann wieder hoch. Ich gehe mal rein. Oh, entspannt euch. Oh, entspannt euch. Hallo? Hallo? Oh, mein Gott. Sieht nicht so gut aus hier. Oh, nee. Da ist noch was in dem Auge, ne? Oder? Also, wenn ihr jetzt hier unten kommt, dann Prost Mahlzeit. Marie. Interagieren. Mach nochmal ein Foto. Hier ist ein Loch. Ja, jetzt guck ich da auch noch durch, ich Idiot. Kannst mal sehen, wie dumm ich bin. Oha. 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 Achso, der Film kann leer gehen. Oh. Entschuldigung. Mir ist Phoenix hat Tastaturumdrehen erhalten. Ja, nice. Finde ich immer gut. Vor allem in solchen Games. Ach, nee, wie ASD. Oh, nee. Kann ich damit was machen? Nee, ne? Oh, okay. Scheiße. Ist auch wieder rum wie so ein Bot. Ehrlich. Oh, fuck. Kanonenfutter. Kanonenfutter bin ich wirklich. Ich gehe hier erstmal wieder hoch. Ist das Spiel dann überhaupt noch lösbar? Ähm. Ist ja nur für fünf Minuten, ne? Aber guck mal hier, der ist weg, ne? Der Typ ist weg. The type is away. So, hier sollte ich jetzt nochmal ein Poto machen, ne? Okay. Ich meinte, wenn der Film leer ist. Ne, dann müssen wir neu starten. Scheiße. Entschuldigung. So, nochmal. Da ist die, da ist die, da ist das Ding. Hallo? Ah ja. Wir machen erstmal den Weg frei. Wir machen den Weg frei, Volksbanken, Reifeisenbanken. Das wäre auch schön, wenn man die Tastatur nicht umgerät hätte. Aber, ist halt so. Menü, wo war das Menü? F. Ne. Tab. Oh Gott, das will nicht. Der Stuhl muss weg. F fallen lassen. F, F, F. Da. Ja, schön. Der Stuhl hängt in der Luft. Nice. So, erstmal den Security will ich hier wieder aufmachen. Nice. Danke, Jasmin, übrigens noch mal, ne? Wurde mich nochmal bedanken auch. You are, you are dead. Ja. Das könnte durchaus der Fall sein. So, Security. Alter, ich habe den Studio oben aufgehangen. Bin ich der Master oder bin ich der Master? Ich bin einfach der Master. Umgedrehte Tastatur. Da kannst du mal sehen. Der Master auf Desaster, ehrlich. Es fehlt noch, dass du die Maus umdrehen musst. Ja, das wäre blöd. So, beide Räume, die jetzt noch über sind, sind stockdunkel. Okay. Kann ich ihn ja fotografieren? So, aber... Wir müssen die andere Seite noch aufmachen. Da kam auch der Geist. Der Schrank ist einfach leer. Okay. Okay. Kannst du den Panda mitnehmen? Ich glaube nicht. Kann es sein, dass er dich im Licht nicht angreifen kann? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich nehme die Beine in die Hand. Okay. Okay. Wie lange haben wir die Tastatur schon umgedreht? Ich sehe das irgendwie gerade nicht. Warten wir schon drei Minuten oder fünf Minuten oder so? Es kann sein, dass er mich im Licht nicht angreifen kann. Ich weiß es nicht. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich im Licht stehe, ist es besser. Könnte sein. Ich muss mal eben gucken, wie lange wir schon die Tastatur hier umgedreht haben. Warte mal. Fünf Minuten. Okay. Okay. Ich drehe wieder um. Schön. Ja. Gut. Ich glaube, das war es hier, oder? Ich glaube, das war es. 19.34. Wir gehen nochmal unten lang. Aber was sollte uns jetzt dieser Metallbalken da sagen, den wir da unten gefunden haben? Ist das der, der hier mit der Tür verschlossen war? Könnte sein. Ist der jetzt weg? Man weiß es nicht. Wach hier nochmal auf. Ist auch noch dunkel jetzt wieder, ne? Weil ich den nicht richtig fotografiert habe. Alter, ich sehe gar nichts. Du hast keinerlei Horrorfilm-Instinkte. Das kann gut sein. Aber den hatten wir doch eigentlich schon gelöst hier unten, ne? Vielleicht fehlt hier unten noch was. Ist jetzt hier das Licht an? Ja. Okay. Okay, Baby. Okay. Du bist gestorben. Ne, ne, ne. Das war eine Szene. Ich bin nicht gestorben. Du bist die Blondine, die sagt, hey, komm, lass uns aufzahlen, dann haben wir mehr Chancen. Genau. Genau die bin ich. Soll ich dir was sagen? Das Ding hier ist jetzt weg. Kann jetzt hier rein. Da hinten war was. Wir sind nicht gestorben. Ich gehe nochmal hier hin. Hier hat sich aber nichts verändert, ne? Okay. Wir können jetzt hier durch. Aha. Okay. Ach so, da war ich. Ah, okay. Da habe ich es einfach rausgezogen. Jetzt habe ich es begriffen. Viele Türen. Wird gespeichert. Speicherpunkt klemmt. Zweite Tür. Lässt sich öffnen. Zweite Tür gehen wir erstmal rein. Stockdunkel. Fällt mir nicht so. Kann ich hier was machen? Ne. Gott, was ist mir. Oh, weh, ey. Was ist mir. Ziemlich viel Tür hier. Hier geht es nach oben. Unten waren noch mehr Türen. Müssen wir uns merken. Stuhl. Hier hat einer ein bisschen randaliert. Fee, warst du das? Schon mal Lichter. Na, klasse. Boah, ist das verwirrend. Okay. Ich gehe geradeaus durch. Okay. Ich gehe geradeaus durch. Ich gehe geradeaus. Vielen Dank.